In dem letzten Video Teil 1 habe ich euch gezeigt, wie man mit der Binomialverteilungsformel Wahrscheinlichkeiten von den Ereignissen berechnen kann. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit der Tabelle der Binomialverteilung umgehen kann. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder mit der Formel eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen, n über k, p hoch k, mal q oder 1 minus p hoch n minus k. Das haben wir schon hinter uns. Und mit dem Taschenrechner habe ich euch auch gezeigt, wie man das macht, das Ganze. Und ich denke, das ist soweit klar. Und in diesem Video möchte ich das Ganze mit der Tabelle machen. Wir nehmen an, n ist gleich 10. Klein p ist gleich 0,1 und wir suchen p von x gleich 0. Das heißt, k ist gleich 0. x gleich k, k ist gleich 0. 0 Erfolg. Die Schreibweise p von x gleich 0 oder b von 10. N ist gleich 10. Klein p ist gleich 0,1 und k ist gleich 0. Manchmal schreibt man auch so, p, also hier schreibt man x gleich 0, dann unten 10 und oben hier 0,1. Auf jeden Fall, diese Form gibt es, diese Form gibt es auch. Manchmal schreibt man auch n und p auch hier und da, damit man weiß, mit welchen Zahlen man berechnen soll. So, p von x gleich 0, wenn ich das mit der Formel berechnen möchte, muss ich so machen. N über k, n ist gleich 10, über k, k ist gleich 0, mal p, also klein p, 0,1 hoch k hoch 0 mal q, also q1 minus 0,1, 0,9 hoch n minus k, also 10 minus 0,10. Nun wollen wir mit der Tabelle berechnen. An allererster Stelle muss man darauf achten, welche Tabelle geeignet ist. In diesem Fall, wir haben p x gleich, das heißt genau 0, gleich heißt genau. Das heißt, wir brauchen einfache Wahrscheinlichkeiten, die Tabelle von der einfachen Wahrscheinlichkeiten. Es gibt eine andere Tabelle, und zwar summierte Wahrscheinlichkeiten. Dazu kommen wir später. Hier geht es um einfache Wahrscheinlichkeiten. Deswegen, am Ende deines Buches oder in deiner Formelsammlung gibt es auf jeden Fall so eine Tabelle. Steht binomialverteilungstabelle und sieht so aus. Dazu brauchst du einfache Wahrscheinlichkeiten. Warum? Weil hier p x gleich 0 ist und nicht p von x kleiner gleich irgendwas, ja, 2 zum Beispiel. So, wenn ich die Tabelle finde, auf jeden Fall nachgucken, wo du diese Tabelle findest. Binomialverteilungstabelle, dann n ist gleich 10, n ist gleich 10, das heißt, du hast auf einer Seite zum Beispiel für n gleich 10, n gleich 20, dann kommt weiter bis n gleich 200, glaube ich. Gibt es so eine Tabelle bis 200, glaube ich. Also ist n ist gleich 10 in diesem Fall. k, k ist gleich 0, da haben wir k, die Spalte von k, also k ist gleich 0, und dann haben wir, klein p ist gleich 0,1, da oben, da oben siehst du die Wahrscheinlichkeiten. Hier steht auch p. Wir müssen p gleich 0,1 finden, wo? Da, da ist p gleich 0,1. Da, wo sich k und p schneiden, k von k weiter, 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 bis p weiter unten, dann haben wir einen Wert da, richtig? Also diesen Wert brauchen wir. Das ist die Wahrscheinlichkeit, die wir suchen. Auffassend, hier steht 3, 4, 8, 7, also 3, 4, 8, 7, das heißt 0,3, 4, 8, 7. Ja, warum 0, die Wahrscheinlichkeit ist immer kleiner als 1, deswegen hier 0, überall, die Zahlen hier in der Tabelle 0, zum Beispiel, hier haben wir 0,001, das heißt 0,0001. So, 4%, 34,87% die Wahrscheinlichkeit, die wir suchen. Jetzt musst du versuchen, die Wahrscheinlichkeit von p, x gleich 1, zu finden. n ist weiterhin gleich 10, klein p weiterhin gleich 0,1, und hier haben wir k gleich 1. die Tabelle habe ich hier, gleich 10, k ist gleich 1, 1, und p 0,1, so, von da, immer mit einem Linear richtig kontrollieren. Da und da, dann haben wir einen Wert da, also 0,3847, oder 38,74%. Gut, jetzt versuchst du nochmal, n ist gleich weiterhin gleich 10, klein p ist gleich 0,4, und wir suchen die Wahrscheinlichkeit von x gleich 8. So, da muss ich auch aufpassen, man muss ja richtig aufpassen, richtigen Wert zu finden. Also, lieber mit einem Linear immer richtig kontrollieren, ob du den richtigen Wert treffst. So, dann haben wir hier 0,0106. 0,0106, wie viel Prozent sind das? Also, 1,06% mal 100 machen, heißt das, ne? So, die Wahrscheinlichkeit, die wir hier gehabt haben, da, die Wahrscheinlichkeit, klein p, 0,1, kleiner als 50%, ne? Hier haben wir 0,1, also kleiner als 50%, da haben wir 0,4, kleiner als 50%, das heißt, die Werte von klein p befinden sich oberhalb der Tabelle, da oben. Aber, das kann sein, dass die Wahrscheinlichkeiten größer als 50% sind, hier haben wir bis 50%, kann sein, dass die Wahrscheinlichkeiten größer als 50% sind. In diesem Fall zum Beispiel, klein p ist gleich 0,8. In diesem Fall müssen wir aufpassen, also n ist weiterhin gleich 10 und klein p ist 0,8.